Der neue Kollege der Pizzaboten, eine Art R2D2, der seit vier Wochen heiße Ware liefert. Zielstrebig ist er. Supergeiles Gerät. Doch was, wenn er sich mal verfährt? Oder ist er sogar schon mal abhandengekommen? Werden die heißen Scheiben nicht kalt bei 6 kmh? Unser Reporter Jan Stremmel bestellt vier Pizzen für sich und sein Team. Unbedingt ein Häkchen bei Robo-Lieferung setzen. Nur dann bekommt der Flitzer Marschbefehl. Nur eine Pizzakette in Berlin testet derzeit den Robo-Lieferanten. Chef Michael Albrecht macht gerade Jans Pizzen klar. Wie ist das denn, wenn du Pizzen machst, die dann mit dem Roboter ausgeliefert werden? Machst du bei denen irgendwas anders? Nö, alles ganz normal. Wie sonst auch. Auch preislich gibt's keinen Unterschied zu den normalen Lieferungen. Aber Hand aufs Herz. Der neue Kollege steht doch voll im Rampenlicht. Nicht ein bisschen neidisch? Angst, dass dieser Roboter ihn jetzt demnächst die Jobs wegnimmt? Auf gar keinen Fall. Der Roboter ist halt nur ein Add-on. Und unser Bestellaufkommen ist auch so hoch, da könnten hier keine 100 Roboter draußen rumfahren. Das wäre ja ein Verkehrschaos auch. Okay. Okay, verstanden. Dem Kleinen geht's wie jedem Pizzaboten. Heiße Ware auf dem Rücken, bis zu 8 Stück sogar. Und Termindruck im Nacken. Aber kann man den Kollegen nicht einfach beklauen? Nein. Ohne Zahlencode rückt Robo nichts raus. Ich könnte jetzt hier, wenn ich der Kunde wäre, dann tippe ich hier drauf. Und auf grün bestätigen. Auf grün? Ah ja. Zack. Wenn ich jetzt nur 4 bestellt habe, dann kann ich theoretisch ja die 4 danach auch noch klauen. Na, wir würden den Roboter nur auf eine Lieferung schicken, klar. Also wir würden da nicht 2 Lieferungen reinpacken. Okay. Okay, und los geht's. Wir machen ihm auf dieser Lieferstrecke die Arbeit ordentlich schwer. Mit fiesen Schikanen. Fünf Wochen Testzeit absolviert der Roboter gerade. Nur wenn nichts schief geht, er also keine Unfälle baut, bekommt er die Lizenz zum Liefern. Okay. Er hat erkannt, dass hier eine Baustelle ist. Schau mal, der hat hier schon so eine Linkskurve gemacht, um diesen Baustellenzaun herum. Ziemlich gut. So, was ist jetzt? Überlegt ihr, wo er hin muss? Ah, er dreht. Er dreht. Oh, das ist niedlich. Warum dreht er jetzt um? Ach, er fällt wieder rückwärts, weil er gesehen hat, dass die Fußgängerampel rot geworden ist. Und grün. Knapp ein Kilometer entfernt liegt die Lieferadresse. Robby darf nur Gehwege benutzen. Jetzt bereiten wir dem kleinen Roboter mal ein paar Probleme, würde ich sagen. Was macht er, wenn ihm kleine Kinder oder Hunde vor die Rollen laufen? Uh, mal gucken. Er stoppt sofort. Fährt dann aber direkt weiter, wenn die Gefahr vorüber ist. Artig. Aber wir haben da jetzt mal was vorbereitet. Nicht erschrecken, ist nur Knete. Aber solche Tretminen gibt's ja leider öfters mal in der Stadt. Hundehaufen. Und die will keiner mit seiner Pizza mitgeliefert bekommen. Er macht tatsächlich den Bogen um dieses kleine Häufchen. Das finde ich beachtlich. Okay, Müll gibt's schon genug auf den Straßen. Da müssen nicht auch noch Scherben dazukommen. No way. Der macht tatsächlich ne Kurve um die Glasklasche. Vielleicht ist es jetzt Zeit für die nächste Stufe. Berlin ist ja ein heißes Pflaster. Da könnten auch schnell mal Langfinger unterwegs sein. Wie ist's mit Umschmeißen? Wenn ich jetzt ein sehr engagierter Pizzaräuber wäre, könnte ich ihn doch quasi zu mir lenken. Okay. Ich hab's geahnt. Er lässt sich dadurch halt null beeindrucken. Mit seinen 50 Kilogramm ist er echt standhaft. Aber wie reagiert er, wenn plötzlich kleinere Dinge schnell seinen Weg kreuzen? Mal gucken, wie er mit sowas hier umgeht. Krass. Also er erkennt sogar sichtbewegende Objekte, die nur so ganz kurz an seiner Kamera so vorbeifliegen. Hm, okay. Wie macht er das bloß? Zentrales Element bei der Orientierung ist der sogenannte LiDAR, der obendrauf sitzt. Er orientiert sich mit Laserstrahlen, die permanent die Umgebung abtasten. Der LiDAR baut sich daraus ein 3D-Bild. Sollte es Probleme geben, könnten sich Robos Entwickler von Teraki mit ihm verbinden und eingreifen. Die seitlichen Kameras sorgen für den Rundumblick. Sie erkennen sogar, ob Ampeln rot sind oder grün. Den Lieferweg findet der Roboter selbst, wie ein Navi per GPS-Signal. Abstandsmelder, ähnlich wie im Auto, warnen vor Kollisionen. Der LiDAR sieht seine Umgebung als Punkte und Linien, die ihm die Entfernungen anzeigen. Das hier ist sein Realbild. Genug geärgert, wir lassen den Kleinen jetzt mal weiter seine Mission erfüllen. Der Robo-Pizza-Lieferant ist in jedem Fall ein Hingucker. Das ist echt abgefahren. Sowas habe ich noch nie in Real Life gesehen. Ich wusste, sowas gibt es. Ich wusste, sowas wird es geben. Aber dass sowas auf einmal vor mir einfach vorbeifährt, das war ein bisschen plötzlich. Du hast auch gleich ein Foto gemacht. Ja, also meine Freunde müssen ja auch wissen, dass sowas existiert. Ja, das ist halt nur krass, wenn man sieht, wie der angetuckert kommt. Das finde ich echt cool. Würdest du das nutzen? Ja. Also für meine Kinder vor allem, weil ich habe vier Kinder. Stell dir mal vor, sowas kommt nach Hause. Ja. Weltüberragend. Die würden sich wahrscheinlich vor der Tür stehen und dort warten, bis der ankommt. Guter Hinweis. Woher weiß man, dass die Pizza angekommen ist? Ah, SMS? Deine Bestellung wird von unserem Roboter geliefert. Bitte gib den Code 6515 ein, um ihn zu öffnen. Wir hoffen, du genießt deine Bestellung. Da ist er. Eine Sache, die mich daran stören würde, ist, dass dieser Roboter natürlich nicht die Treppen hochkommt. Also bei mir ist es so, wenn ich Pizza bestelle, dann würde ich eigentlich höchstens den Weg von meiner Couch bis zur Wohnungstür zu Fuß gehen. Bei diesem Lieferroboter muss ich natürlich runter ins Erdgeschoss, vorne die Haustür aufmachen und dann selber wieder rauftragen. Das finde ich einen eindeutigen Nachteil. Jetzt gebe ich meine PIN ein. Enter. Tada. Und es duftet schon nach Pizza. Okay. So, zu. Und. Noch darf der Kleine nicht an den Akku. Er hat Termindruck, wie seine Fahrradkollegen. Schnell zurück zur Filiale. So, Mittag. Jan und seine Kollegen setzen sich lieber auf eine Parkbank, als in den dritten Stock des Büros zu steigen. Wie schmeckt die Robo-Pizza? Also, schmeckt gut, ist auch noch warm. Ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Es ist zwar bis jetzt noch eine technische Spielerei. Und ich glaube, auch auf mittlere und längere Strecken wird ein Fahrradlieferbote immer schneller sein. Aber auf die kurze Strecke kann ich mir vorstellen, dass sich diese Dinger irgendwann mal durchsetzen. Denn alle Testläufe hat der Pizza-Lieferroboter bisher erfolgreich gemeistert.